ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video von mir heute gucken wir uns den ersten patch von starfield an denn wir vergleichen den zustand day one mit dem ersten patch den wir hier haben außerdem hat nvidia einen neuen treiber optimiert für starfield rausgebracht den 537.34 ja und das vergleichen wir heute mal ein zusatz von mir noch dieses video gibt es in drei auflösungen also wer jetzt nicht seine auflösung hier findet einfach mal gucken das gibt es in 1080p 1440p und 2160p und das setup könnt ihr hier sehen das ist das gleiche wie davor und ja wir wollen mal sehen ob sich jetzt wirklich was getan hat oder ob das wieder nur heiße luft gewesen ist mit dem ersten patch schauen wir mal so 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 i'm so excited to see journey after our whole office is getting moved to the goal so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018